Summerslam am 30. August 1998 Stone Cold Steve Austin gegen den Undertaker Jawohl, ein gebrochenes Bündnis Der WWE Championship ist in Gefahr bzw. steht auf dem Spiel Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K16 Showcase Jawohl So, wir kämpfen das Match in Summerslam 98 Der Undertaker gegen Stone Cold Ja, das ist ein cooles Match, ein großartiges Match gewesen Da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern, so grob zumindest Nicht mehr so richtig, aber ich glaub das wird fett Ich freu mich drauf! Auf geht's! Das war's! 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 Was soll man als erstes machen? Führer Leverage Pin aus! Okay! Leverage Pin gegen den Undertaker! Mal gucken, ob wir das hinkriegen! Komm her! Komm her! Gott dang it! Was führe Leverage Pin gegen den Undertaker aus? Bewege! Beim stehen und betäubt Gegner nach oben! Andertacker, komm her! Leverage Pin! Komm schon! Eins! Zwei! Oh! Alter! Irish Rip gegen den Taker im Regen, alles klar! Boah krass, der Leverage Pin war schon ganz schön knapp! Oh, look at the Undertaker! He has enough gas left in the tank to duck dead! Oh, what a lariat by the Undertaker on Steve Austin! It looked like Stan Hansons' lariat! What impact by the Undertaker! Both Undertaker and Austin down, Undertaker up! Gonna go for the cover or not? Let's see, no! I don't think so! He's wanting to finish Stone Cold off completely! Undertaker punishing Stone Cold Steve Austin! What a battle between two of the all-time greats in WWE! The Undertaker in firm control right now of Stone Cold Steve Austin! And you're right, JR! It looks like the Undertaker wants to administer a little more punishment to the Rattlesnake! The Armbringer! Uh-oh! Uh-oh! Old School! Old School coming up! He's gonna walk those ropes! No! Look out! And Austin has jerked the Undertaker right off the top rope! Man, you don't see that happen very often to the Undertaker when he goes up top! And Austin stomping away at the ankle, the knee, the chin! Trying to destroy the vertical base of the near seven-footer! With those vile stomps to the leg! Undertaker in big-time trouble now! Trying desperately! Uh-oh! Kane shoots his brother, the Undertaker in trouble, Pete! And has made his way toward the ringside area! That does not bode well for the Rattlesnake! The Rattlesnake is not backing down! The referee tried to get Kane away from the ringside area! Wait a minute! Look at this! And now Big Brother, the Undertaker, says, I don't need you here! Go back to the locker room! Stone Cold Steve Austin! Didn't know quite what to make of this! It's the Undertaker refusing help from his own brother! Go back to the locker room, you pyromaniac! And play with some matches! Oh my gosh! And I take a little... Awesome! Holy Kane! Kinda useful! Look out! This is a Muscogee, Oklahoma ballroom draw on a Saturday night! Between two of the toughest guys in WWE! Oh! Awesome! Right back on that injured leg of the Undertaker! And now Austin talking trash to Kane! Okay, we said Kane aber natürlich auch nicht provozieren! Ich mein, wenn's DQ gibt, soll uns das ja recht sein, ne? Immerhin, äh... Haben wir ja dann gewonnen! Wir haben ja den... Den Champion-Vorteil sozusagen! Von daher... Soll Kane ruhig mal eingreifen! Aber das will ja Taker nicht! Amen, Brother King! Verständlich! So, ich bin mal auf da! Dann haben wir zurück in den Ring mit dem Taker! Vorher hier noch! Eskaliert! Ah! Hup! Top-Hoop? WTF! Naja, okay! Raus! Oh! Taker Taker ist nicht jemand, um zu schlafen! Hey! Au! Taker schon so, haben wir aber nicht gewettet, hör mal! Das war anders abgesprochen! Okay, pass auf, Konter! Yes! Und? Spinebuster von Stunkholt uns rette! Bam! Oh! Was wird das? Schlag. Und ein Irish Whip. Raus. Auf den Ringboden vom Taker. Und da kommt er auch schon gleich hinterher. Ich müsste dem Taker Schaden zufügen und nicht umgekehrt. Oh nein. Nein. Ich schlage die andere Taker im Ring. Im Ring? Ich habe eine Ring und meine Eier. Das ist mir leid, aber der macht mich freier. Okay. Taker schon. Komm mal zurück in die Ringe. Ich sag dir das. Okay. Oh, ich will nicht schlagen. Nee, das wird treten. Warte, pass auf. Oh, look at this. Here comes Stone Cold. Oh, and there goes Stone Cold. Austin's own momentum took it to the outside. Smart move by The Undertaker. The dead man now. On the outside is even more dangerous than he is on the inside of the ring. Yeah, this is not a good spot for Stone Cold Steve Austin to be in here. Oh, look out, look out, look out. Man, those steel steps can't taste good. They're not covered in JR's barbecue sauce. Let me tell you. Die mexicanischen oder spanischen Kommentatoren kriegen gleich Probleme. Geben wir mich gleich an den Tisch noch, glaube ich. Das genau macht denn der Undertaker da? Alter, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber das macht der nicht. 300 putt. Oh, no! The Undertaker with Allegra. Oh, my God, Austin's broken in half. There's no way Austin can recover from this. And the announce table didn't even break, but maybe Austin's body did. Referee checking on both men. It looks like it's carnage. It looks like a car wreck on I-35. And that's it. Austin is finished. And the Undertaker now seizing the moment with no conscience. Holy Schmidt. Holy Schmidt. Holy Schmidt. Holy Schmidt. Alter Schwede. Okay. Das macht's natürlich nicht einfach. Treff die Undertaker bringen mit einem Stunner. Okay. Oh, and a terrific reversal by Steve Austin. Hey. Counter vom Taker. Konter von uns. So, kein Ring mit dir. Komm. Ein kleiner Wicht. Alter Schwede, ey. Bam. 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 Nein. Nein. Wir können nicht mehr kontern. Scheiße. Das ist doch kacke. Ah. Wir haben keinen Counter-Move gerade. Und es gibt ein Cover. Drop-Break aber. Kein Robe? Naja. Okay, wir haben einen Signature-Move. Und einen Counter-Move wieder. Sehr schön. Ah. Und Kopfschmerzen. Wer darf denn jetzt? Drückt da noch meinen Kopf da noch zusammen, oder was? Nackenmuskulatur stretching, oder wie? Okay, es reicht. Lass mich aufstehen, Mann. Das ist gross. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Äh. I can't believe it. Cover. Eins. Zwei. Ohohoho. Ich merke, Gott sei Dank ist das Cover nicht durchgegangen. Wir müssen uns Stunner zeigen. Bam. Okay. Gernadier, der Finisher. Auf geht's. Stone Cold Stunner incoming. Stunner! Cover! Der Taker war doch rot, Alter. Der Taker war doch rot. Das gibt es doch ja nicht. Oh nein. Der Taker hat den Signature-Move aufgepasst. Oh. Oh nein. Oh, Signature-Move. Das ist der Seiltanz. Oh fuck. Der Taker hat meinen krassen Stunner draus machen können. Was wird das? Oh, Pinfall, okay. Cover. Nicht mal bis eins, Junge. Nicht mal bis eins. Ich sag dir das. Was, Big Bad oder was? Nein, Konter vom Taker. Scheiße, Mann. Man. Ja, 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 ja. Taker will das Ding beenden. Und wir müssen Kontern. Ja! Oh, ho, 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 ho. Ah! Oh, okay. Steve Austin macht einen tollen Job, um das zu drehen. So. Komm schon. Stone Cold Stunner, Baby. Stone Cold City Bitch, Stone Cold City Bitch! Oh ja! No, ich glaube, von Stone Cold. Eins, zwei, FINISHER! Oh ja! The Rattlesnake takes it! The Rattlesnake takes it! And that's the bottom line! The winner of this race is still the WWE Champion, Stone Cold, Steve Austin! If The Undertaker would have listened to Mr. McMahon, he could be WWE Champion right now! Austin 316 just whipped your ass! Oh yeah! So, wir schreiben... Oh, wir haben eine neue Outfit freigeschaltet. Schreiben wir die... Wir schreiben Ron in Lexington. Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Und wir haben K01, also SummerSlam 890 Outfit freigeschaltet. Rattlesnake Stone Cold gegen Brahma Bull. The Rock. Die Zukunft der WWE beginnt jetzt! Wir befinden uns in Lexington, Kentucky. Und es heißt Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Und Austin ist nicht mehr Champion. Schade, ich hätte gerne mal erfahren, warum er nicht mehr Champion ist. Naja gut, das haben wir leider nicht erfahren. Aber... Wir hören uns das mal an. Beziehungsweise wir schauen uns das mal an. Und es ist, wenn ich das richtig sehe und deute, tatsächlich ein... Titelmatch zwischen den beiden. Schauen wir mal! Hören wir mal! Auf geht's! , cultiveăngl атse. This match is a one-twoll match for the WWE Championship. Er ist ein Champion von Miami, Florida, Weighing in at 275 pounds, The Rock! Certainly Mr. McMahon, Shane, his boy, and The Rock led us in on a conspiracy that had everybody do. It was apparently a plan all along to make sure that Stone Cold Steve Austin would not become the WWE Champion. So Austin gets screwed, mankind gets met a fool of, bless the scramble brain heart. Well, what we've got here, JR, is history in the making. And the fact that we'll see no more people's eyebrows. It's now the corporate eyebrow. And the people's elbow? Well, that's history. It's the corporate elbow from now on, when The Rock lays the corporate smackdown on somebody. Yeah, The Rock ist ja gestern noch bei Monday Night Raw tatsächlich zurückgekommen im Zuge der Roll to WrestleMania. Dann hat New Day auch die Schnauze gone, aber das Segment mit New Day war einfach der Hammer. Oh, da kommt Stone Cold! And now the challenger from Victoria, Texas, weighing in at 252 pounds, Stone Cold Steve Austin. What an Ovation for the Rattlesnake. Almost 20.000 on their feet here in Lexington. And here we go! I'm a bit of a bit of a shard to think that Tony Schimmel, the Ansager, he's a bit of a bit demotivated. The following contest is a one-for-match for the WWE Championship. Yeah, chill. Weißt du, das wirkt irgendwie so, hm. Da gefällt mir der Olle. Der Ding ist schon besser hier, der andere. Howard. Wie heißt der? Jim Howard? Tom Howard? Tim Howard? Auf jeden Fall der andere Ansager da. Ihr wisst schon, was ich meine. Ladies and Gentlemen, the following contest The Bell ring. The titles on the line. And here we go! Stone Cold is gonna try to take back his title. But the Rock, Mr. McMahon and the power of Tony E is gonna try and make sure that doesn't happen, JR. Oh, Konter. Dammit! Oh, direkt mal ein Coverball, Rocky. Find ich gut. Das bringt nämlich ein paar Pupsen für uns. Ha, ha, ha. Wir gehen raus. Okay, nicht raus. Wir gehen doch raus. Au. Scheiße, zu früh gekontert. Und Konter! BAM! 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 So, wollen wir hier in die Bande noch? Mann! Wann? BAM! 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 Nein! Oh, Weapon von The Rock gegen Stone Cold. Konter. Backbreaker. Erste Aufgabe. Abgeledigt. Abgeledigt, genau. Wir haben die erste Aufgabe. Abgeledigt. So. Wirf The Rock aus den Ring. Hä? In den Ring? Aus den Ring, oder? In den Ring. Okay. Alles klar. Pass auf dann. Werfen wir The Rock mal in den Ring. Hammer, oder? Triff The Rock mit einem Elbow vom zweiten Seil. Achso. Fuck. Vom zweiten Seil? Achso, so'n Ding wahrscheinlich. nicht. Oh fuck. Ich glaub das war auch nicht mein Elbow, was ich daran gemacht hab, ne? Darnit! Nein! Ein Elbow vom zweiten Seil. Wahrscheinlich einfach nur X drücken, oder was? Ne, der kontert jetzt. Na cool. Das war's schon. Füge The Rock Schaden zu. Ja, hauen wir noch mal die Thespress rein, oder was? Blue Thespress! Nein! Er war bereit für diesen. Das ist doch scheiße. Hat der erst mal den Signature-Move da gekontert, ey? Ich glaub's doch nicht. Verdammt! Oh, jetzt haben wir einen Signature-Move. Super. Nehmen wir den mal auf. Ballern den gleich mal rein, bevor er den wieder kontert. Super. Okay, dann gehen wir nochmal aufs Top-Rope. Also aufs Mid-Rope. Fuck off! Okay. Machen wir den hier nochmal, oder was? Ja, oh, Elbow. Bam! Elbow to the face. Und noch einen. Jawoll. Wow! Er hat nicht erwartet, dass er das wieder zu bekommen hat. Nein! Nein! Oh! Oh! Ich denke, dieser Mann bedeutet Business! Okay, ich schlage den Rock im Ring und dann sollen wir das QTE abschließen erfolgreich. Machen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der Rock hat übrigens einen Finisher. Finde ich extrem ungeil. Freue mich gerade. Warum der ein Finisher hat? Oh, jetzt kommt's. Stunner! Oh! Nein! Oh boy, look at this! Nein! Rock bottom counter! Rock bottom counter! Rock bottom counter! Da kommt's Stunner! Yes! The Stunner! Out of nowhere! Both men are down! Dropped! And that was a hard, hard shot! Pin of the Rock! And that was a hard, hard shot! Down goes the Rock! Turn him around! Pin him! He needs to run! Look at this! There's a cover! The Royal Snake has this match won! Wait a minute! What is Shamrock doing? He blew the referee right out of the ring! Oh oh! Hatte eine Schippe dabei? Hatte eine Schippe dabei? Hatte eine Schippe dabei? Hatte eine Schippe dabei? Okay! Undertaker's in the ring with a shovel, JR! A shovel! Oh my God! Oh my God! Oh! Man, Oz. E.F. A Schippe! A Schippe! A Schippe dabei! 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 Alter ey, Undertaker hat Stone Cold mal wieder um den Titel gebläht. Undertaker war früher ne richtige Drecksaal ey. Fuck you. Naja.